hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir den kümmerster 13 dieses mal mit 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 rau top und mehr weiter pustet man nicht so ins mikro komm mach mal hier ist die Wunschung mach mal rot warbrot es gibt rot wo das erste küsse e um josef er hat aber um bist du noch da Jajajaja, nein. Alter, wann geht denn los? Okay, Killmaster siehst du mich? Hier hinten. Ja man, ich seh dich. Okay, Hardcore. Boah, jetzt block die Wolle ab. NEIN! Ich bin von der Map gegangen. Aus welchem Grund? Keine Ahnung. Also bist du nicht mehr drauf? Na klar. Ah, du hast dich gesneakt. Hä? Wann geht's denn los? Wenn's losgeht. Ja mal, Alter, mach mal hier. SG World. SG World. Game Starting in 60 Sekunden. In 60 Sekunden? Ey, ist das nicht eigentlich nur... ne Map aus Black Ops, aus Black Ops 2, oder so? Ja, na klar. Alter, ich war grad besoffen in meinem Korb. Schön. Nein, Mann. Das passt jetzt nicht hier rein. Das muss ich leider zensieren besoffen. Ja. Schon wieder? Nein. Minecraft 1905.e. Ich könnte noch... Was? Wir könnten noch einen ganz anderen raushauen. Warte mal. Muss ich... Ja, die Musik ist schon leise genug. Gut. Ja, dann mach ich mal so genau. Los, meine lieben Kinder. Wir müssen es schaffen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Alter, es geht los. Sechs. Fünf. Vier. 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 Sieben. Sieben Jahre Garant. Und los geht's. Geh unten lang. Los. Wo die alle Kisten. Los. Ich hab einen goldenen Apfel. Ja, fuck. Ja, fuck. Wenn du zu mir kommst, können wir uns eine Rösti teilen. Ey, das Witzige ist, ich hab Rösti. Was, du glaubst mir nicht, wie viel Rösti ich hab. Aber ich hab natürlich mal wieder keine scheiß einzige Waffe. Du musst die jetzt alle mit dem Pfeil töten. Also, ich hab... Jo, ich hab Eisenschwert. Ah, geil, ich auch. Hab ich gerade gefunden. Gerade als du es gesagt hast. Eine komplette... Eine komplette, ähm... Goldrösti und ein Eisenschwert. Kann ich die eigentlich jetzt schon töten? Also, jetzt? Momentan? Aktuell? Okay. Okay, noch nicht. Nein, ich mein nicht dich. Ich spiel Smash gerade. Alter, ich plündere hier alle Kisten. Neulcher zwei Eisenschwerter. Wo bist du jetzt? Junge, gleich ist mein ganzes Inventar voll, also... Wo bist du? Ahaha. Er ist dort unten. Hä, wo bist du? Auf dem Schiff. Nein. Wo genau dort? Ich bin grad in der Mitte. Okay, warte, warte. Ich komm mal hin. Ja, ich seh dich. Ich seh dich. Ey, wie viele gibt's noch? Mach mal Slash List. Mach du mal Slash List. Mach mal Slash L. T Slash List. Drei noch. Ja, ne. Da unten ist jemand. Hast du einen Bogen? Nein, wieso? Weil da unten jemand ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Dann such einen Bogen. Nein. Doch. Ich befehle es dir. Ich verpasst mich. Aber ernsthaft, wir brauchen einen Bogen. Weil da unten ist jemand und der will einfach nicht Slash Leaf machen. Muss er aber. Ja, da hat er eine andere Meinung. Ja. Leute. Was ist das denn? Du kommst da nicht mehr hoch, weißt du? Warum nicht? Doch, wetten, ich komm da hoch? Ich komm auch da hoch. Wollen wir wetten. Ich komm auch da hoch. Wollen wir wetten. Aber okay. Die schon leer ist. Komm runter. Wieso? Willst du mich hauen? Nein. Ich pack sogar weg. Ja, warte. Ich bin gerade auf dem Dach. Ja. Ja, dann warte. Ich komm mit hoch. Ah, geil. Da ist noch ein Dach. Wow. Es gibt so viele Dächer. Faszinierend. Wo ist noch ein Dach? Nein. Ey, ey, hör auf, hör auf, hör auf. Ja, Junge, du hast mich geschlagen. Da krieg ich zwar den Warnig-Anfall. Ja? Ja. So. Warte, mach nochmal Slash-List. Ja. Und, wie viel sind noch drin? Noch drei. Wie viel? Noch drei. Ja, da unten war irgendwo jemand. Ja, wo ist der? Pass auf, guck mal, der ist da runter gesprungen. Wo? Da runter. Da. Ja? Da ist er runtergefallen. Ja? Warte, warte, wo nochmal? Zeig mal nochmal. Da. Hä? Ey, das ist echt voll Entschwendung. Du Nigger. Ja. Also ich, beziehungsweise habe ich ihn da runter geschlagen. Och, Mann. Ähm, so. Hm. Ja, wo ist er, ne? Der könnte ja sneaken. Junge, hier kommt dieser, die ganze Zeit dieser Scheiß-Donner. Ja, man, der regt aber auch irgendwann regt der auch auf. Vielleicht gibt's ja hier noch was. Irgendwann regt der übelst immer auf. Ja, genau, irgendwann regt der übelst immer. Ja, genau, irgendwann regt der übelst immer. Oh, oh, oh. Machen wir mal Slashlist. Immer noch drei. Holy shit, wo ist denn dieser kleine Peder da? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ne? Also irgendwie, wir brauchen einen Bogen. Aber irgendwie sind alle Kisten schon weg. Aber vielleicht kommt der doch noch hoch. Ja, vielleicht, ne? Ja, aber irgendwie so voll crazy shit unmöglich. Ne, da ist nix, ne? Ne. Lass mal am Bootsrand lang gehen. Was? Am Bo... Am Bootsrand. Am Boots... Tag! Das war ein phänomenaler Sprung. Oh, fuck. Ich hab's wieder mal nicht geschafft. Oh, nein. Das, das ist aber... Ey, nein, nein. Das schaff ich nicht. Oder? Glaubst du, ich schaff auf diese mittlere Plattform zu springen? Ja, na klar. Wenn ich schaff noch nicht schaff, das hab ich nicht. Ne, vier. Ne, knapp. Also welche sind jetzt noch drin? Drei, also wir und noch einer. Nein. Nur noch wir sind drin. Nein. Da steht Alive 2. Ja, bei mir steht aber 3, deswegen. Denn spackt der Server. Holy shit. Ne. Wir sind die beiden einzigsten. Dann leisten wir uns jetzt einen Battle, Mann. Pass auf. Ne, ne. Du gehst hier zum Sworn. Ja. Und ich geh zum anderen. Und auf 3 rennen wir einfach aufeinander los und schlagen uns mit dem Bereich. Okay. Warte. Warte. Bist du am Sworn? Bist du am... Bist du fein am Sworn? Okay. Drei, zwei, eins los. Aber nicht. Drei, zwei, eins los. Oh, fuck. Ja, fuck. Ja, das war eine gute Runde. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Camaster13. Ciao. 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 Vielen Dank.